Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem neuen Video Glasfaserausbau neu gedacht mit der G-Box. Mein Name ist Martin Rösler, Produktmanager bei der Firma Hauftechnik und verantwortlich für den Produktbereich Glasfaser. In diesem Video möchte ich Ihnen unser neues Produkt, die G-Box, einmal vorstellen und den Ausbau mit diesem System näher bringen. Wir schauen uns dazu gemeinsam folgende Punkte an. Glasfaserausbau heute, wie kommt die Glasfaser heute bis zum Kunden, den Glasfaserausbau im Neubau und im Bestandsgebiet mit der G-Box und zum Schluss stellen wir uns noch die Frage, spleistst du noch oder steckst du schon? Hierbei lösen wir die Fragestellung, wie wir aus einer bisher komplizierten Technik mit einem einfachen Plug-and-Play-System die Glasfaser noch schneller zum Kunden bringen können. Lassen Sie uns zunächst einmal schauen, wie der Glasfaserausbau heute funktioniert. Wie kommt die Glasfaser bisher zum Kunden? Es sind dazu fünf Termine nötig, die alle mit dem Kunden abgestimmt werden müssen. Hausanschlusstraße festlegen, Hausanschluss erstellen, Glasfaser einblasen, Glasfaser spleißen und den Wohnungsanschluss spleißen und messen. Wenn nicht alle Grundstücke gemeinsam erschlossen werden können, erzeugen später 60 bis 70 Prozent der Anschlüsse einen immens hohen Aufwand, da alle Arbeitsschritte pro Hausanschluss einzeln organisiert werden müssen. Schauen wir uns ein Neubaugebiet und den dazugehörigen Glasfaserausbau an. Die Einblaskolonne muss je nach Baufortschritt zahlreiche Einsätze koordinieren. Je Einblasvorgang stehen für Rechnungspreise von ca. 650 Euro im Raum. Bei einem kleineren Baugebiet von ca. 25 Bauplätzen macht das in Summe 16.250 Euro an Aufwand. Zusätzlich muss teures Spezialgerät, das für das Einblasen nötig ist, jedes Mal mit zur Baustelle ins Baugebiet gebracht werden. Das Einblasfahrzeug, ein Einblasgerät, Kompressor und entsprechende Kabel. Oft verhindern Schadenstellen dann das spätere Einblasen des Glasfaserkabels. Ein Tiefbauunternehmen muss beauftragt werden, um die Schadensstelle freizulegen. Die Lösung, um all diese Probleme zu umgehen, ist die G-Box. Die G-Box, kurz Groundbox, erschließt das Neubaugebiet mit der Verfahrensweise Fiber to the Ground, FTTG. Durch die Auslagerung des Abschlusspunkts wird die Netzebene 3 in die Teile 3a und 3b aufgeteilt. Dabei kann die Netzebene 3b vom NVT bis zur G-Box in einem Arbeitsgang unabhängig vom Hausanschluss fertiggestellt und das Glasfaserkabel überall eingeblasen werden. Die Netzebene 3b beschreibt hier den Weg von der G-Box zum Hausübergabepunkt im Gebäudeinneren. In einem Neubaugebiet kann die G-Box daher an verschiedenen Standorten gesetzt werden. Wir sehen hier die Lage beispielsweise im öffentlichen Grund vor der Grundstücksgrenze, hier in der Schnittansicht und so im fertigen Baugebiet. Es sind alle Grundstücke bis zur Grundstücksgrenze mit der G-Box erschlossen. Die zweite Möglichkeit ist, die G-Box ins Grundstück zu setzen. Hier wird sie zur Sicherung vor Gefahren wie LKWs oder Baggern mit einer Pylone gekennzeichnet. Auch hier in der Schnittansicht dargestellt. Dies hat den Vorteil, dass der öffentliche Grund immer komplett fertig gemacht werden kann und ein späteres Angraben an die G-Box auf dem Kundengrundstück passiert. Auch hier zu sehen, das fertige Neubaugebiet, es müssen nur noch die Häuser erschlossen werden. Dies hat den Vorteil, alle Hausanschlüsse können in einem Arbeitsgang beblasen werden. Vom Netzverteiler oder der Verteilermuffe wird das Glasfaserkabel zu jeder einzelnen G-Box geblasen und der NVT wird fertig gespleißt. Eine weitere Anfahrt ist damit nicht mehr möglich und auch ein weiteres Öffnen der Verteilermuffe entfällt. Das weitere Vorgehen beschreibt diese Folie mit der Ausbauvariante Kabeldepot. Die G-Box wird mit einer Überlänge an Glasfaserkabel beblasen und wartet nun auf den endgültigen Anschluss. Ist das Haus dann fertiggestellt und die Hauseinführung gesetzt, wird die Verbindung zwischen G-Box und Gebäudeinnerem hergestellt. Hierzu wird das Glasfaserkabel aus der G-Box genommen, ins Gebäudeinnere gebracht und der Hausübergabepunkt gespleißt. Auch hier zu sehen auf dieser Darstellung. Schauen wir uns den Glasfaserausbau im Bestand an. Im Bestand gibt es bei der Vorvermarktung Anschlussquoten bei Netzbaumaßnahmen von ca. 30 bis 50 Prozent. Das Problem, die nachträglichen Hausanschlüsse verursachen einen immensen Aufwand. Die Baugebiete sind meist geradefertig saniert oder erschlossen. Dann beginnt das Aufgraben für einen Glasfaseranschluss für die Nachzügler. Ohne G-Box würde die Straße aussehen wie hier links dargestellt. Mit der G-Box könnte sie so schön bleiben, wie sie von Anfang an ist. Bei 1500 Anschlüssen pro Netzbaumaßnahme müssen verschiedene Gewerke und Handwerker koordiniert werden. Hierzu sind bis zu 7500 Termine nötig, die koordiniert und vereinbart werden müssen. Das bedeutet ca. 38 Termine pro Arbeitstag mit Dienstleistern wie Planer, Tiefbau oder dem Einbläser. Die Dienstleister kalkulieren hier pro Kundenzutritt ca. 40 bis 60 Euro. Bei einem Mittelwert von 50 Euro entstehen bei einer Netzbaumaßnahme Kosten von 375.000 Euro an Aufwand. Allein für die Terminvereinbarung. Im Bestand kann die G-Box ebenfalls eingesetzt werden. Entweder auf dem Kundengrundstück oder im öffentlichen Bereich. Wir denken hier an die Homes Past. Dazu später mehr. Nach Abschluss der Netzbaumaßnahme liegt in jeder G-Box ein Dichtgehäuse mit einem entsprechenden Glasfaservorrat, um den späteren Hausanschluss fertigstellen zu können. Wie dies in der Praxis aussieht, zeigen uns folgende Bilder bei einem Pilotprojekt hier im thüringischen Kölle da oder im bayerischen Bechingen. Auch hier wurden G-Boxen eingesetzt. Im öffentlichen sowie im privaten Bereich. Doch wäre es nicht schön, wenn wir den Ausbau noch schneller voranbringen könnten und uns die ganze Spleißarbeit sparen? Dafür haben wir auch eine Lösung. Plug and Play. Spleißt du noch oder steckst du schon? Durch ein innovatives Glasfaserstecksystem auf Quick Connect können wir die Glasfasersteckdose in die G-Box bzw. in die Pylone bringen. Wie hier dargestellt. Das Glasfaserkabel vom NVT ist angespleißt und ein Kabelsystem wird in der G-Box gesteckt und eine Glasfasersteckdose in der Pylone abgelegt. Hierzu haben wir ein Patchkabelsystem, das einerseits eine Steckdose und auf der anderen Seite einen Stecker abbildet. Durch das innovative Glasfaserstecksystem auf Quick Connect können wir eine Glasfasersteckdose in der G-Box abbilden. Hierzu haben wir ein Patchkabelsystem mit einer robusten Push- und Pull-Verbindung. Zwei eindeutig vorgegebene Anschlusspositionen bilden hierbei Stecker und Steckdose ab. Das zweigeteilte Patchkabelsystem wird auf der einen Seite in die G-Box gesteckt und eine Steckdose kreiert und das zweite Kabelsystem mit einer Gesamtlänge von 10, 20 oder 40 Metern verlängert die Steckdose bis ins Gebäude, sodass auf der Gebäudeinnenseite auch nur noch eingesteckt werden muss. Hierfür steht ein Abschlusspunkt mit Stecktechnik zur Verfügung, welcher passend zum Hauf-Quick-Connect-Kabelsystem angeboten wird. In der Praxis sieht es aus wie hier. Aus einem Leerrohrsystem, das das Kabel schützt, führt das Patchkabelsystem nach draußen und wird später in der Pylone abgelegt, bis der Hausanschluss erstellt werden soll. Die Glasfasersteckdose wird hier in einem geschützten Leerrohrsystem von der G-Box weggeführt, sodass der Kunde sich später selbst direkt anschließen kann. Zweite Möglichkeit ist, die Glasfasersteckdose in unserer Überlängenbox abzulegen. Hierzu kann auch eine Überlänge an Kabel außen vor dem Gebäude geschützt, verwahrt und abgelegt werden. Der spätere Anschluss ins Gebäudeinnere wird dann von der Überlängenbox bis zur TAA fertiggestellt. Von der G-Box bis ins Haus besteht dann eine durchgängig wasserdichte Leerrohrtrasse, die auch später nachbelegt oder das Kabel getauscht werden kann. Ein weiteres Patchkabelsystem verfügt über beidseitig angespleicste LCA-PC-Stecker. Hierbei wird das Kabelsystem nicht durch eine weitere Steckverbindung vor der G-Box unterbrochen, sondern wird ab der G-Box bis ins Gebäude direkt durchgeführt. Wie auf dieser Grafik zu sehen, wird das Kabelsystem einerseits in der G-Box angesteckt und die Überlänge für 20 bis 30 Meter in der Pylone verstaut, bis der Anschluss erstellt werden kann. Das Patchkabelsystem ist hier auf der rechten Seite zu sehen, dazu mit einem Kabelzugstrumpf ausgestattet, um einerseits die Stecker zu schützen und um andererseits die Strecke zwischen G-Box und Haus herzustellen, ohne das Kabelsystem zu beschädigen. Die Montage im Dichtgehäuse sieht wie folgt aus. Das ankommende Kabel wird abgefangen und auf Stecker gespleist. Von unten rechts kommt das Patchkabelsystem, wird eingesteckt und dann in der Pylone abgelegt. Hier zu sehen, das Patchkabelsystem, wie es in der Pylone abgelegt wird und hier die fertige G-Box mit aufgesetzter Pylone. Wird der Anschluss dann erstellt, wird das Kabelsystem aus der Pylone genommen und ins Gebäudeinnere geführt und dort auch wieder angesteckt. Die Überlänge kann hier auch in unserer Überlängenbox abgelegt werden und stört so im Gebäudeinneren nicht bei der weiteren Verlegung anderer Medien. Zu sehen hier das Komplettsystem G-Box, Überlängenbox und Hauseinführung bis ins Gebäudeinnere. Fassen wir noch einmal zusammen. Der herkömmliche Glasfaserausbau kostet viel Geld und viel Zeit. Wertvolle Ressourcen werden gebunden, da sie nicht effizient genug eingesetzt werden können, was jedoch für die Beschleunigung des Glasfaserausbaus unabdingbar wäre. Teure und rare Spezialkräfte können durch die Bündelung des Ausbaus in der Netzebene 3a effizient eingesetzt und so kostenreduziert werden. Mit der Schaffung einer Glasfasersteckdose in der G-Box wird die Netzebene 3b zum Plug-and-Play-System. Der Ausbau der letzten Meter zwischen G-Box und Gebäude kann ohne teures Spezialgerät, ohne Spezialwissen sogar vom Endkunden selbst durchgeführt werden. Sie sehen, Hauftechnik hat ein System entwickelt, mit dem der Glasfaserausbau neu gedacht wird. Dieses System beschleunigt den Glasfaserausbau erheblich und steigert die Effizienz. Ich hoffe, Sie konnten durch dieses Video einen Einblick in unsere neue Art des Glasfaserausbaus gewinnen. Weitere Informationen zu unserer G-Box finden Sie auf unserer Website www.hauf-technik.de. Weitere Videos zum Glasfaserausbau mit der G-Box finden Sie hier oben rechts oder Sie abonnieren unseren Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse.